Das sind die romantischsten Christkindl-Märkte in Bayern. Nicht nur München wird in der Adventszeit von zahlreichen Christkindl-Märkten verzaubert. Auch im Umland gibt es traumhafte Weihnachtsmärkte, die alle ihren eigenen besonderen Flair haben. Wir stellen Ihnen die drei romantischsten Locations vor. Kerzenschein in Dießen Der Weihnachtsmarkt in Dießen wird der magischen Weihnachtsstimmung mehr als nur gerecht. Denn er wird fast ausschließlich von Kerzen erhält. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Kinderprogramm und rund 35 Stände. Ein Hauch aus der Vergangenheit auf Schloss Kaltenberg. Das Schloss Kaltenberg ist vor allem für das im Sommer stattfindende Kaltenberger Ritterturnier bekannt. Aber auch zur Weihnachtszeit lohnt sich ein Besuch. An allen vier Adventswochenenden kann man dort einen mittelalterlich angehauchten Weihnachtsmarkt besuchen. Man taucht in eine weihnachtliche Märchenwelt ein, die von Erzählungen der Gebrüder Grimm inspiriert ist. Es werden mittelalterliche Waren, Handwerkskunst, Köstlichkeiten und warme Getränke angeboten. Weihnachtliche Seeromantik Am Tegernsee können Sie gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn dort gibt es drei Christkindlmärkte. Der Seeadvent in Bad Wiese, der Rothacher Seeadvent und der weihnachtliche Schlossmarkt Tegernsee. Zwischen den Märkten kann man mit Schiffen hin und her pendeln. Wer sich noch mehr Weihnachtsstimmung am See wünscht, sollte der Fraueninsel im Chiemsee einen Besuch abstatten. Dort findet an den ersten beiden Adventswochenenden ein verträumter Christkindlmarkt statt. Die Anreise erfolgt mit dem Schiff über den Chiemsee. Liberté Vi Adele 4 pole Untertitel 2 3 3 5 6 5 22 22